Der Dorfkreuzweg der Biedermannsdorfer ist nicht nur einzigartig, sondern auch beliebt. Alle Jahre wieder finden sich viele Vereine zusammen, um gemeinsam den Segen durch das Dorf zu tragen. Seht das Zeichen, seht das Kreuz, es bedeutet Leben. Liebe vermag alles. Viele Menschen suchen nach einfachen Antworten in unserem modernen, vielfältigen Leben. Jesu Antwort ist total einfach, aber nicht leicht. Dies war die Kernaussage des heurigen Dorfkreuzweges in Biedermannsdorf. Er ist eine liebgewordene Tradition, bei der viele Menschen mitmachen. Man trägt das Kreuz symbolisch durch den Ort und verweilt an diversen Stationen, um zu beten und nachzudenken. Startpunkt war wie immer die Volksschule. Bei der Volksschule geht es los, geht dann praktisch über den Dorfweg. Dort gibt es die schöne Kapelle mit der Pietà, hinüber zur K&K-Kapelle und dann wieder zurück zur Gemeinde, zum Missionskreuz und dann in die Pfarre. Ein schönes Brauchtum, wie ich vor zehn Jahren hergekommen bin, habe ich das vorgefunden. Es ist mein elftes Mal, dass wir den gehen. Einmal mussten wir in der Kirche bleiben, weil Schlechtwetter war. Ursprünglich eine Initiative von der Dorferneuerung. Und dann hat aber die Pfarre sehr stark selber begonnen zu gestalten und zu machen. In der Situation sind wir momentan. Das sind relativ viele Gruppen und Vereine, die im Zuge des Weges eine Station entweder selbst gestaltet haben, oder meistens mich oder eine andere Mitarbeiterin aus der Pfarre gefragt haben, ob wir eine Station ihnen helfen können zu erstellen. Wie genau kam es aber nun zum Brauch des Dorfkreuzweges? Der ist im Rahmen der Dorferneuerung entstanden im Jahr 1994. Wir haben uns überlegt, dass in der Kirche nicht so viele präsent waren und haben da sämtliche Vereine eingeladen. Und das hat sich jetzt wirklich über all diese Jahre bewährt und alle Vereine von Biedermannsdorf machen mit. So auch der Lions Club vom Biedermannsdorf. Ja, unser Plan ist einfach über die Liebe und die Hilfe. Es geht vor allen Dingen um die Hilfsbereitschaft jetzt auch mit und dass wir da unsere Station mit gestalten. Mehr das Bewusstsein für die Hilfsbereitschaft. Ja, genau. Das ist ja mit auch eine unserer Hauptaufgaben, dass wir also sehen, wer Hilfe braucht, dass man damit hilft. Und von daher passt das ganz gut zu uns. Und auch Bürgermeisterin Beatrix Dallosch geht jedes Jahr mit. Ja, natürlich. Ich gehe jedes Jahr mit und auch sämtliche Vereine machen mit. Wie wir gesehen haben, auch die Volksschule, die Pfadfinder, jetzt kommen dann die Bauern, die Feuerwehr, die Spätlese von der Pfarre, wie auch der Gemeinderat. Also wir sind alle mit dabei.